Schönen Feierabend, Mahlzeit und guten Morgen. Einen wunderschönen guten Tag an den Empfangsgeräten. Herzlich willkommen hier bei JMG. 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 Jung, Metall, gut aussehend. Jung, Metall, gut aussehend. Jakob macht Gemüseauflauf. Jugend macht Gewerkschaft. Jürgen Morgen genossen. Jeder mag Gerechtigkeit. Auch ihr von Gesamtmetall. Ich arbeite bei der Siemens Energy. Ich arbeite bei BMW in Leipzig. Ich bin aktiv in der Jugend hier in Berlin, in Berlin, Brandenburg und Sachsen. Ich bin Jugendbildungsreferent seit 2016. Produziere auch hin und wieder mal ein Video. Deswegen bin ich auch hier dabei. Ich bin nämlich hier der Klugscheißer mit den schlechten Witzen. Ich bin IG Metall Mitglied, weil es ohne gar nicht geht. Es wird spannende Videos, lustige Videos und auch sehr gemeine Videos geben. Ich werde vor allem bei den gemeinen Videos mit dabei sein. Die Themen hier auf dem Kanal werden wahrscheinlich reichen von ganz niedrigschwelligen Sachen. Was Gewerkschaft überhaupt tut, auf welche Gesetze berufen wir uns oder was machen wir eigentlich den ganzen Tag als Ehrenamtliche, als Hauptamtliche hier bei uns im Bezirk Berlin, Brandenburg, Sachsen. Aber auch spezielle Sachen, die sich auf die aktuelle Tarifrunde beziehen. Und wir wollten euch einfach mal mitnehmen bei dem, was wir so machen und auch mal drüber reden. Wenn ich die Tarifrunde in einem Satz zusammenfassen soll, würde ich sagen, es wird groß und es entscheidet sich, in welche Richtung es mit der deutschen Industrie weitergeht. Das weiß noch keiner, wo das Auto mal hinfährt oder ob man es selber fährt. Vielleicht fährt es auch von alleine. Stellenabbau in der Industrie, Arbeitszeit neu zu denken, die Corona-Krise zu bewältigen und dabei den Umweltschutz nicht zu vernachlässigen. Einen Standort zu schließen, anstatt da einfach ein bisschen Geld zu investieren und zukunftsfähige Produkte in Deutschland zu fertigen, die Leute mitzunehmen und diesen Standort sozusagen zu transformieren. Das ist uns zu einfach, da wollen wir ran und sagen, das muss auch anders gehen und das geht auch anders. Das Zahnrad, das, was dahinter steckt, hinter so einer großen Uhr, das sind ganz, ganz, ganz viele kleine Rädchen. Und draußen dran ist ein großer Zeiger. Das ist hier unser Vorstand und Gesamtmetall und alle, die sich wichtig fühlen, einen großen Zeiger am Uhrwerk sind. Aber die ganz vielen kleinen Zahnrädchen, die da irgendwo drin sind, das sind die ganzen Leute, die in der Halle drin arbeiten, die keiner sieht, die einfach jeden Tag einen guten Job machen, funktionieren. Deswegen geht die Uhr immer richtig und das ganze System funktioniert. Und wenn jetzt aber ein Zahnrad fehlt, ja, dann zeigt auch die Uhr nichts mehr richtig an. Und deswegen haben alle Leute was daran mitzubestimmen, wie unsere Zukunft wird. Und dass die Uhr immer richtig geht. Unser Kanal richtet sich an euch da draußen. Dich. Und dich. Und dich. Wir wollen erreichen, dass die Message bei euch ankommt. Wie wir jetzt hier Mitglied werden. So, jetzt schnell dein Handy aus, wieder in die Hosentasche packen und mach dich wieder an die Arbeit, wenn du das Video schon in der Pause geguckt hast. Und jeden Tag eine gute Tat. Grüße heute mal dem Busfahrer. Wir machen das erste Video von unserem neuen Kanal als IG Metall Jugend BBS. Kokos Vanille. Herzlich willkommen hier bei JMG. Jung, Metall, gut aussehend. Ihr dürft auch reagieren. Wir haben die Möglichkeit, das zu schneiden. Ich habe jetzt auch schon in den Horn dazu. Bing. Ich bin unwiderstehlich. Oder so. Hey, da hinten habt ihr noch eine gute Idee, was ich mal sagen kann. JMG fragst du mich? Jung macht Gewerkschaft. Jung wird halt gut aussehend. Jakob macht gutes Essen. Alles, was ihr wollt, ihr werdet's kennenlernen. JMG ist das neue Format. Ich freue mich, euch hier begrüßen zu können. JMG wird alle vom Hocker reißen. Die Jungen, die Alten, die Metaller, die noch nicht Metaller. Alle werden da weiß an. JMG, ab hier und heute das neue Format. Für die Jungmitglieder da draußen, die nicht noch werden wollen. JMG, JMG, ich kann's nicht oft genug wiederholen. Nur für euch da draußen. Schön, dass ihr da seid, bei Jung Metall gut aussehend. Reicht? Reicht? Jetzt ist Schluss. Aus. Ende Banane. Zack.